Guten Nachmittag. Also jetzt kam mir das wirklich ein bisschen komisch vor, und zwar ging es um diese Meldung. Brandballons als Brandbombe und dementsprechend das alles im Gazastreifen und die Israelis haben sich dann dagegen gewehrt mit großzügigen Luftangriffen. Ich habe die Physik kurz bemüht, ich komme aber gleich drauf. Also es geht hier ein ganz kleines bisschen darum, ist das ein Fake oder nicht. Das kam mir wirklich komisch vor. Es dröhnt aus allen Lautsprechenden überall. Also das ist passiert. Und jetzt habe ich auf Epoch Times ein Bild gesehen, und zwar Luftangriffe als Antwort auf die Brandballons aus dem Palästinenser-Gebiet. Und da dachte ich, was? An so einen Luftgelung wollen die Brandbomben anhängen? Vielleicht noch solche Granaten hier? Nee, das passt nicht. Jeder weiß das aus Erfahrung. Ein Luftballon mit Helium gefüllt, der ist froh, wenn er sich so einigermaßen selber in die Luft emporhebt. Und ja, man könnte zwei zusammenbinden, aber dann hebt er auch nicht viel. Deswegen, das hat mir keine Ruhe gelassen. Dachte ich, guckst du mal, ob es Live-Reporte gibt? Nee, gibt es nicht. Aber natürlich schöne Laserkanone gegen Brandballons und dann Reaktionen auf Brandballons und so weiter. Also ich habe hier nichts weiter gefunden, wo man auch wirklich mal so wie bei dem Epoch Times Bild was sieht. Na gut, machen wir es anders, dachte ich mir. Guckst du mal auf Google-Bilder? Ja, und selbst mit solchen kleinen Ballons, da ist nichts zu wollen. Wollen die uns veralbern, dachte ich mir dann. Hier nur ein, zwei Ballons. Aber hier, das wird schon interessanter. Ich habe mal ungefähr abgeschätzt, wenn ich diese Menge an Ballons nehme, habe ich ungefähr 40 Ballons. Kann man ja auszählen, dass man sagt eins, zwei, drei, vier und das Ganze so vielleicht acht bis zehnmal. Dann hätte ich 40 Ballons. Was heben die? Es geht um den sogenannten statischen Auftrieb, archimesische Prinzip. Und die Auftriebskraft lässt sich ganz leicht errechnen. Die Rechnung, die stelle ich dann zum Schluss vor. Das ist so einfach. Also das kann jeder sofort nachvollziehen. Das ist gar kein Problem. So, und dann dachte ich mir aber, bevor du hier lange rechnest, guckst du mal schnell, wie viel hat denn so ein Ballon an Volumen? Es geht ja darum, je größer der Ballon, desto mehr hebt er. Ja, und da kamen dann solche Sachen wie, hat 2,5 Liter. Das habe ich dann nochmal kurz nachgerechnet. Ja, das funktioniert. Ungefähr zweieinhalb Liter. Und dann gibt es die Ballongrößen, also die entsprechend dann Gasbedarf beziehungsweise ein Volumen haben mit 0,01, zwei Kubikmeter. Bei so einem Ballon. Hier ist es auch nicht viel mehr. Und die haben eine Tragkraft von, na, zwei Gramm. Der ist ein bisschen größer, dafür hat er aber auch Material. Er hat aber nicht unbedingt viel größer, guck mal, 28 bis 30 Zentimeter Durchmesser. Das ist nicht viel mehr Volumen. Und dadurch, dass man mehr Material ist, auch circa im 2-Gramm-Bereich. Wenn ich jetzt einen 40 Zentimeter Ballon nehme, habe ich schon 20 Gramm, weil das Volumen drastisch angestiegen ist. Gut, okay, dachte ich, warte, 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 guckst du nochmal nach. Luftballons und so weiter, Füllung, Traggas und, ach, da kann man sich ja festlesen. Das ist ja interessant. Also, ihr braucht praktisch bloß nach Brandballon beziehungsweise Luftballon und statischen Auftrieb zu gucken. Und das muss ich nicht verlinken. Den Artikel hier, den von der Epoch Times, den verlinke ich auch nicht. Das lohnt sich nicht. So, ja, und dementsprechend wird hier auch nochmal drauf eingegangen, auch auf zweieinhalb Liter Volumen. Und dann das Traggas. Da gibt es auch noch einige Sachen. Wir rechnen auf jeden Fall mit der Dichte von Luft. Ich zeige es ja dann gleich. Und man sagt so, aus den angegebenen Werten ergibt sich als großzügige Faustregel, um eine Masse von einem Kilogramm mit Ballonauftrieb aufzuheben, wird rund ein Kubikmeter Traggas benötigt. Entsprechend für einen Gramm dann nur ein Liter Traggas. So, okay, naja gut. Dachte ich halt, rechnen es danach. Ich habe die Formel genommen, die übliche statische Auftriebsformel. Ich glaube, das hatte ich schon mal gemacht. Das mache ich gerne mit den Schülern mal, wenn es um Dracula geht, dass der ja bloß in der Kiste schwimmt und wie viel Tragkraft so eine Kiste hat. Kann man auch einfacher machen. Es geht um die Menge des verdrängten Volumens. Hier habe ich noch die Erdbeschleunigung drin. Und das ist roh, ein bisschen geschmiert. Das ist die Dichte der Luft in diesem Fall. Lässt sich aber, wie gesagt, alles ganz einfach. Ich schreibe die Formel hin. Ich setze einen für roh 1,29 Kilogramm pro Kubikmeter. Das habe ich als Standardatmosphäre angenommen. Den Wert, den habe ich irgendwie auswendig drauf. Kann auch 1,2 weniger sein. Aber den Wert habe ich genommen. Mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Mal 2,5. Und weil es Dezi sind, habe ich durch 1000 geschrieben. Und tausendste Kubikmeter. Die Kurse kürzen sich raus. Es bleibt übrig Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, was Newton entspricht. Ich weiß nicht, ob ich dann hier oben nochmal einen Link hin mache. einen Link, damit man sieht, wie leicht man mit Maßeinheiten umgehen kann. Könnt ihr ja mal gucken. So, dass diese Werte jetzt in den Taschenrechner eingetippt. Dieses 1,29 mal 9,18 mal 2,5 durch 1000 ergibt 0,03 Newton. Weil Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde bleibt als Einheit übrig ist Newton. 0,03 Newton entspricht grob genährt 0,003 Kilogramm, was zu heben ist an Luft. Ich wurde gerade unterbrochen. Also das sind dann 0,03 Newton entspricht 0,003 Kilogramm. Also 3 Gramm. Naja, dann kommen wir ja ganz gut hin hier mit diesen Auftriebswerten und mit diesen Tragkraftwerten bei Helium. Bei Wasserstoff ist es nicht viel, viel, viel besser. Also könnte man sagen, im Komma-Bereich, das lohnt sich gar nicht drüber zu reden. Gut. So, jetzt fassen wir mal zusammen. Das heißt also, wenn ich 40 Ballons habe und idealerweise 3 Gramm, 40 mal 30 sind 120 Gramm, dann könnte ich, Moment, dann könnte ich, 40 Ballons, 120 Gramm ein Päckchen mit irgendwas Brennbarem da reinbasteln. Das stimmt. Wenn ich jetzt allerdings nur die 40 Ballons nehme und genau 120 Gramm damit hebe und das Päckchen genau 120 Gramm sind, dann erhebt sich der Ballon noch nicht. Ich muss also ein kleines bisschen weniger Masse nehmen oder ein Ballon mehr, damit sich das Ding ganz langsam erhebt und dahin fliegt, wo es hin soll. Hier sehen wir noch so ein Gemälde. Da haben die das dann fliegen lassen. Bloß hier fehlt mir nur wieder der Brandsatz. Also ich weiß nicht. Irgendwie kommt es mir komisch vor. Vor allem, dass dann gleich mit Raketen und Bomben und ähnlichen zurückgeschossen wird. Ich sehe das nicht gerade als Spaß an, aber ich weiß auch nicht. Das ist mir ein bisschen doll. Gut, haben wir die ganze Sache physikalisch untersucht, stark gerundet im Überblick, aber das mag jetzt mal genügen. Ich wünsche euch einen kühlen Tag, wenn das geht. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.